Seriously? Oh, Jungs. Nicht so stürmisch. Oh, du bist forever alone. Aber wir sind jetzt so fies und wir würden dich einkesseln. Nicht heute. Das war was. Oh, nein. Ein Skelett. Ach komm schon. Gubi, please. Nächster. Bob, der Meister. Können wir das schaffen? Bob, der Meister. Ja, wir schaffen das. Mit Black Metal und Mixi. Mit Metallica und Bob. Den Onkels und Bendy. Und Peter Maffay macht den Job. Warte, wo kam ich eigentlich her? Ah, okay. Doch. So. Uh, Red's Toe. Vielleicht bauen wir uns was Schönes. High Speed Internet oder so. Nein. Doch. Wir holen uns wieder. Kein Anal Raper. Surprise, Budsacks. Jungs, Jungs, Jungs. Stoß. Stoßt euch bloß nicht runter. Stoßt euch bloß nicht runter. Oh, was? Nein. Was habe ich euch gesagt? Jungs, Jungs. Ich bin kein Freund von Surprise, Budsacks. So. Hoffentlich erhält er seine Gedanken. Monstrum, du. Hm, naja. Hitler war mal schlimm. Jetzt sind die Creeper. Da. Hm. Oh, nochmal Red's Toe. Ich finde sie aus wie Himbeeren. Oh, ich mag Himbeeren. Und heute gab's Erdbeertorte. Hm. Lecker. So. Ach ja. Und diese Woche. Ab dem Freitag. Also das müsste... Gubi, please. Ne. Moment. Vor der Rede, kill ich erstmal unseren Trollface hier. Oh, nein. Creeper. Creeper. Seriously. Egal. Ab am Freitag. Ab am Freitag. Also der 29. ist euer StarCross für drei Tage in Frankreich. Ich hab da einen Auftritt. Und, ähm... Deswegen werde ich die drei Tage, also den Freitag, Samstag und Sonntag nichts uploaden können. Ich hoffe, ihn nimmt mir das nicht übel. Aber... Hey. Musiker-Business. Uh. Uh. Ähm. So. Ähm. Vielleicht könnt ihr mal was laufen lassen, was ihr wollt in der Playlist. Okay. Wollt mich schon mal auch sowieso geil an. Ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, was ihr gerne hören würdet. In der Playlist. Am besten wäre dann nix ohne Lyrics, also nur Instrumentalsachen. Ähm. Und ja. Dann würde ich auch mal euren Wünschen nachgehen. Was die Playlist angeht. Mit ganz Stimmungsvollen Songs. Wie jetzt. Yeah. Da will man einfach nur aufstehen und tanzen. Yeyyey. La Cucaracha. La Cucaracha. Da lalalala Penis unten in der Küche. Uh. Der Dancefloor. Uh. Spooky. Hä. Geh weg. Ich hab nen Dancefloor. Haut ab Zombies. Ich hab nen Waffenschein für Dance Revolution. Fackel. 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 Ja. Genau. Oh, da oben ist noch. Ja. Hm. Aber ich glaub fürs Erste würde es dann erstmal reichen mit den Sachen, die wir haben. Hm. Ja. Uuuuh. Erzähl mir, was du hast. Uuuuh. Uuuuh. Ja. Uuuuh. Uuuuh. Ich kann nicht verstehen. Uuuuh. 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 Und ich glaub, ich würde dann auch für euch als Entschädigung für diese drei Tage, die ich nicht äh, ablauen kann, vielleicht so ein kleines Tagebuch machen. So ein Tourtagebuch. Für die drei Tage, die ich nicht da bin. Und für die, die auch zufällig in Frankreich sind, in dem 29. und, boah, da sind zwei Fackeln. Uuuuh. Uuuuh. Ja, für die, die auch zufällig in Frankreich sind, bei der Nähe von Ami He. Uuuuh. Uuuuh. Ja, wir treten auf auf dem Europa-Festival. Das heißt, ihr könntet uns live sehen, wenn ihr wollt. Das ist doch nur eine Schüler-Band. Aber, das ist, finde ich, wir sind weit recht gekommen für eine Schüler-Band, wenn wir in Frankreich auftreten. Oder zumindest die, die uns gefragt haben, ob wir auf- Oh, Creeper. Ob wir auftreten wollen. Deswegen? Ja doch, fürs Erste müsste mal reichen an Sachen. Dann machen wir erstmal einen kleinen Schuh. Uuuuh. 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 Uuuuuh. Uuuuh. 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 Warte, sind wir hier richtig? Nein, wir müssen hier. Und dann? Hier. Löst sich mal in die Treppe. Ähm, äh, ja, so, passt. Ich hoffe, wir haben es nicht schon wieder Tag, weil ich habe keinen Bock, hier jetzt einer auf He-Man machen zum Ohr, hier, wie am Tag. So, aber trotzdem auf Sicherheitsgründen nehmen wir ein zweites Schwert mit ins Inventar. Und hoffentlich habe ich mir jetzt gemerkt, wo ich, da war noch eben Füße. Nein. Ähm. Warte, doch, da ist der See. Okay, gut. Ich dachte schon. Ja. Cool. Genau, komm her. Lass, gib mir eine heiße Scheibe von dir, Baby. So. Ähm. Ja, doch. Das nervige, wenn der PC ruckelt. Unsere zugebombte Gegend, also müssten wir mal, glaube ich, mal zumachen mit dieser Gegend hier. Dann gehen wir irgendwo mal ein bisschen Dreck abbauen. Und so weiter und so fort. Und Heinz. So. Schmeißen wir das Zeug mal in die Kisten. Äh, nicht in die Kisten, sondern in den Ofen. Und ich mache auch schon mal einen zweiten hin. Obwohl. Obwohl. Warum machen wir es nicht einfach so? Nein, nein. Der muss drin. Oh.